Kommt alle zur Hochschule Hartz! Hallo, wir sind der Kulturschock und wir sind jedes halbe Jahr dafür verantwortlich, ein Theater an der Hochschule zu organisieren. Und zusätzlich helfen wir auch überall mit, wenn es um Moderation geht und alles drum und dran. Und sind halt immer mit am Start, würde ich sagen. Wer bastelt oder gerne Theater spielt, ist bei uns immer willkommen. Wir machen eine super geile Halloween-Party und auch allgemein. Kommt einfach vorbei fürs Theater! Wir sind Pride, eine recht kleine und neue Initiative, streng genommen noch keine Initiative, da wir noch in der Gründungsphase sind. Und wir möchten der LGBTQ-Plus-Community ein Safe Space bieten, wo wir dann halt einfach Leuten einen Ort bieten können, wo man sich vernetzen kann, sich sicher fühlen kann. Und ja, einfach ein bisschen Nettes miteinander haben. Also kann! Genau! Das war's! Das war's! Möge! Wir machen uns bis zum nächsten Mal. Möge! Das war's! Das war's! Warum? Wir machen uns über die Ratsache und werden!